In Folge 20 hatten Joy, Franzi, Lukas und ich bereits über Web-Architekturen diskutiert. Wir wollen gerne darauf aufbauen und haben uns eine neue Folge überlegt. Was wollen wir denn dieses Mal diskutieren? Ja, wir haben da so ganz viele verschiedene Fragen, die wir uns stellen, wenn wir unsere Architektur planen für so eine Web-Anwendung. Zum Beispiel, wo lege ich meine Logik hin auf den Browser, in die Edge, in die App? Wo sind meine Daten? Wo rendere ich? Wo integriere ich? Genau, letztes Mal hatten wir sehr viele Themen auf einmal, die wir so alle versucht haben, alle so gleichzeitig zu diskutieren. Aber dieses Mal wollen wir uns ein bisschen fokussieren und einfach konkrete Architekturen im Frontend uns überlegen und versuchen, sie einzusortieren. Genau, also wir wollen schauen, dass wir so ein paar Patterns herausarbeiten und die miteinander vergleichen und die Unterschiede aufbreiten. Super, wir freuen uns auf Freitag, zahlreiche Teilnahme und viele Diskussionsbeiträge. Bis dann.